Der Putin darf nicht nach Köln kommen. Nee, der darf nicht hin. Das macht ja ins Gefängnis. Der soll auf gar keinen Fall nach Köln kommen. Wo darf der Putin nicht hinkommen? Nach Köln. Und darf der auch keinen Karneval feiern? Nee. Ja. 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 Ja, 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 ja. Wo ich teilweise dann auch nicht widerstehen kann. Was steht da? Lache ist gesund und mit schön. Kölle Allah. Kölle Allah. Kölle Allah. Kölle Allah. Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Ja, das ist doch alles zu checken. Haben Sie mich gefragt?